Wir könnten uns ja so was von lang unterhalten. Iris ist eine geborene Kärntnerin, lebt aber in der Bundeshauptstadt und ihr seid heute extra für Radio Kärnten von Wien nach Klagenfurt gefahren. Genau, gerade angekommen und danach geht es gleich wieder zurück. Na servus, das ist aber auch eine ganz schöne Geschichte. Aber fein, danke vielmals, dass ihr euch diese Mühe überhaupt einmal erstens antut. Zweitens, herzlich willkommen in der Heimat. Ja, danke. Das heißt, du bist wo genau zu Hause in Kärnten? S. 2 früher und jetzt fliege ich jetzt. Zweitens, wunderbar. Passt ihr genau dazu. Ja, aber Iris Karmar ist wesentlich mehr als eine Sängerin. Iris Karmar kommt mir schon langsam so vor. Ist ein, wie soll ich sagen, ganzheitliches Musikprojekt. Kann man das so ausdrücken? Ja, also ich denke, es gibt viele, viele verschiedene Sachen, die ich mache. Ich mag gerne Abwechslung und das habe ich mir irgendwie zugute gemacht, indem ich in den verschiedenen Bereichen dann halt diese Sachen nutze. Du hast mir gleich einmal einen ganzen Packen CD in die Hand gedrückt, derer du alle schon produziert hast. Ein paar sind es geworden. Wie viele sind es schon? Im Ganzen sind es sieben jetzt. Das neue Argument ist das sieben. In verschiedenster Art und Weise. Natürlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir beginnen sollten. Vielleicht spulen wir es von Anfang an. Begonnen hat es eher mit Schlagzeug, mit Percussions oder mit Singen. Ja, wenn man davon ausgeht, dass alle Kärntner im Grunde gut singen und den Chören singen können. Dann bist du eigentlich schon als Sängerin geboren. Ja, natürlich. Was sonst? Wunderbar. Ja, dann kam ich eigentlich über den Tanz dann zur Musik erst. Ja, wir haben große Sachen gemacht. Michael Jackson Konzert eröffnet zum Beispiel im Praterstadion. Noch getanzt damals. Das heißt, große Bühnen waren irgendwie schon. Also das ist man schon gewohnt. Und von dort quasi zur Musik war eine so große Veränderung, weil es ist ja alles kreativ. Es hat alles mit Rhythmus zu tun und ich war zufällig in Brasilien auf Besuch und da haben sie mich eingeteilt zum Shaker-Spielen und relativ zeitnah danach habe ich dann schon angefangen zum Plakaschen-Spielen, also auf der Bühne. Das redet sich jetzt alles so leicht. Ja, so Michael Jackson Konzert und da, da bin ich ein bisschen nach Brasilien, da bin ich dazu gekommen. Ich meine, das ist ein Leben mit und voll Musik. Das heißt, du hast eigentlich quasi Zeit deines Lebens Musik gemacht. Ja, also ich mache das jetzt mittlerweile professionell 25 Jahre und vorher eben durch den Tanz, aber Tanz ist ja auch Musik, das heißt, seitdem ich 5 oder 6 bin war Musikkarteil, ja klar. Und wir haben natürlich andere Musik auch gehört, nicht sehr viel Kärntner Musik zwar, aber auch sehr viel Soul und sehr viel Latin und genau in dem Bereich. Aber in Kärnten selber? Ja, auch in Kärnten, meine Mutter hat das gehört. Na, siehst du schon. Lettas und Santana. Ja, 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 genau. Das haben wir wohl alle gehört. Ja, so ist es. Wunderbar. Du bist aber dann in die weite Welt sozusagen gegangen, hast selbst viel getanzt, eben wie gesagt Musik gemacht. Wir hören uns jetzt einmal gleich ein Werk von dir an. Ja, wunderbar. Ich habe ihr erlaubt, eines auszusuchen und du hast auch einen Cut ausgesucht von deiner aktuellen CD, kann man so sagen. Das Lied heißt Blessing, worum geht es da? Da geht es darum, wie groß die Liebe zur Musik ist und dass die Musik einfach alle erfüllt und wichtig ist für uns alle, positiv zu bleiben. Und ich habe genau das Richtige ausgesucht. Du hast das Richtige ausgesucht, absolut. Dann hören wir jetzt einmal hinein und dann bleiben wir gleich weiter mit Iris Klammer. Wunderbar, dass du wieder einmal in der Heimat sozusagen bist. Du warst beim Altstadtzauber in Klachenfurt mit deiner Band. Ja, genau. Gut gegangen. Der Orchester war super schön, auch schon das zweite Mal. Ja. Sehr nett. Lateinamerikanisches Programm und Songs aus dem neuen Album Irresistible. Sehr gut angekommen. Schau, wie ist das eigentlich so vom Gefühl her, wenn man quasi auch so lange weg ist von daheim, auch sogar von Österreich, dieser Musik sich sehr zuwendet und auch sehr zugewendet fühlt. Sagt man da, naja, eigentlich wäre doch fast Südamerika mehr so meine Heimat oder wie geht es da? Ich bin sehr, sehr gerne in Österreich zu Hause. Die Lebensqualität ist super. Wien ist natürlich jetzt mein Hauptort, aber ich komme gerne heim, suche die Familie und so. Das Essen. Wer kann auf Kasnudel verzichten? Schau, schau, schau. Ah, jetzt kommen wir schön langsam zum Kern der Geschichte. Wunderbar. Ja, nein, die Wurzeln, da muss man schon hin. Aber klar, wir waren 14 Jahre auf Tour mit Hendron Dream weltweit. Seitdem Amerika, Kanada, Japan, unsere Europatournee. Und es ist schön, mal zu Hause zu sein in den eigenen vier Wänden. Hotels sind super, aber... Kennt man aus eigenen Erfahrungen, zumindest europamäßig sage ich jetzt einmal. Ist es dann so, dass Musik wirklich überall zu Hause ist? Also mit dieser Art von Musik kannst du eigentlich weltweit sein, oder? Also meine Musik habe ich primär in Kuba gespielt. Da habe ich einmal das Jazz Festival eröffnet. Also zwei Jahre lang, drei Jahre habe ich gespielt. In New York habe ich gespielt mit meinem eigenen Projekt. Und jetzt haben wir in Los Angeles den Academia Award gewonnen. Für das Snapshot Album und für Irresistible. Da wird dann nächstes Jahr im April die Übergabe von dem Preis sein in Los Angeles selbst. Und da ist natürlich der Markt für diese Musik, die ich mache. Aber ich denke mir, man kann auch hier die Leute ein bisschen in die Richtung bringen, sich das anzuhören, weil live funktioniert es wunderbar. Und wenn es auch ab und zu gespielt wird, dann gewöhnt sich das Ohr auch an etwas Neues. Und ich denke mir, wenn das Positives ist, die Musik und Groovy, dann ergibt es auch... Also ich glaube, da sind wir bei den Radio Kärnten Hörerinnen und Hörern genau richtig, weil sie immer offen für Neue sind. Das ist vielleicht auch eine Stärke unseres Landes hier im Süden, dass man sagt, ja, schauen wir uns einmal was an. So wie wir unterwegs waren immer Richtung Süden, so kann man auch gerne neue Klänge sich anhören und vielleicht auch gern haben. Das ist ja auch mit der lateinamerikanischen Musik, das ist ja auch südlich alles, was das betrifft. Ich glaube, das ist in unserem Herzen irgendwie ganz groß. Und immer wenn ich heimfahre, dann ist es auch so, dass ich mir denke, die Leute sind doch so lebensfroh und offen und herzlich. Das ist in Wien sicher auch in einem gewissen Teil auch so, aber es ist anders. Und ich bin meistens ein bisschen überrascht, wenn ich länger weg war, dass da der Funke so schnell überspringt, dass man sich eigentlich auch gleich so sympathisch gegenüber tritt und Schmäh fühlt. Die Kraft des Südens, da fühlt man sich wohl. Jetzt geht es für dich wieder zurück in die Bundeshauptstadt, nach Wien? Ja, gleich jetzt am Anschluss. Und dann so gleich wieder weiter? Ja, es gibt die Montipeton, mit denen wir spielen, die Best of Monti Tour. Dann spiele ich in der Steiermark mit einem eigenen Projekt. Mit Vavene, das ist ein italienisches Projekt, spielen wir. Eine Tour ist geplant, Videoshootings für die neuen Songs sind geplant. Das wird jetzt alles im Herbst sein. Nächstes Jahr ist wieder Amerika geplant. Wunderbar. Es gibt eine Menge zu tun. Klingt irgendwie echt, wie würde man sagen, cool, oder? Ja, es ist cool. Es ist aber auch viel Arbeit, aber es ist schöne Arbeit. Ja, das freut mich. Ja, das freut mich. Und es geht auch, wenn man sieht, dass das ankommt, weiß man warum man sich in einem Studio einsperrt und komponiert. Eben, weil es steckt hier auch Arbeit dahinter. Bei dem letzten Album habe ich halt auch produziert selbst und aufgenommen auch. Es sind Grammy-Gewinner auf dem Album, die mit Tsunaki Papi jetzt zweimal den Grammy gewonnen haben. Wir haben einen Rapper hier aus New York, der einen Text für mich hat. Also schon die Oberländer. Ja, wunderbar. Ja, natürlich. Und wenn, dann arbeitest du mit wirklich guten Leuten, wenn du etwas Frisches machen möchtest. Ja, dann wünsche ich mir dir alles, alles Gute. Lieb von euch. Kommt gut wieder zurück in die Bundeshauptstadt. Und schau wieder einmal in deiner Heimatstadt rein. Mach ich bestimmt. Und jetzt gibt es den Titelsong deines Albums, nämlich Irresistible mit Iris Kamar. Danke vielmals und alles Liebe. Danke auch. Tschüss.